Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier stelle ich euch die Nike Tech Damenlaufhose vor. Die Kurzteil mit elastischem Taillenbund und innenliegenden Kordelzug ist der ideale Begleiter auf warmen und sonnigen Laufstrecken. Die Drive-Fit-Technologie sorgt für optimales Feuchtigkeitsmanagement und sorgt für angenehmen Sitz auf der Haut. Damit die Körperfeuchtigkeit nicht in die Tasche eindringt, ist sie innenliegend mit einer zusätzlichen Membran ausgestattet. Flache Nähte verhindern das Scheuern auf der Haut. Der ergonomische Nahtverlauf unterstützt die natürliche Laufbewegung und sorgt somit für hohen Tragekomfort. Die seitlich eingesetzten reflektierenden Streifen dienen als zusätzlicher Schutz bei Dunkelheit. Diese besonders leichte und atmungsaktive Kurzzeit von Nike gibt es in allen Runners Point Filialen in eurer Nähe oder gleich hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com